Autoabo im Aufschwung Forscher prognostizieren Rückgang beim Autokauf Autoabos könnten eine attraktive Alternative zum klassischen Autokauf sein, insbesondere für Menschen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie auf ein Elektroauto umsteigen wollen. Durch ein Autoabo haben sie die Möglichkeit, verschiedene Modelle auszuprobieren und sich so von den Vorteilen eines Elektroautos zu überzeugen. Forscher gehen davon aus, dass Autoabos in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden, da sich immer mehr Menschen für flexible Mobilitätslösungen interessieren. Dies könnte auch dazu beitragen, den Umstieg auf Elektroautos zu beschleunigen, da viele Autoabos bereits Elektrofahrzeuge im Angebot haben. Letztendlich ist die Entscheidung, ob man sich für ein Autoabo oder den Kauf eines Autos entscheidet, eine individuelle Frage, die von verschiedenen Faktoren wie dem persönlichen Nutzungsverhalten und den finanziellen Möglichkeiten abhängt. Doch für viele könnte ein Autoabo eine gute Möglichkeit sein, sich langfristig für ein Elektroauto zu entscheiden.